Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich dachte, wenn wir schon bei Dupes sind, wer das Video nicht gesehen hat, werde ich euch natürlich verlinken. Ich habe ein Parfüm-Dupes gemacht und dachte, wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch nochmal ein paar andere Sachen, die ich zu Hause stehen habe, die sehr gut zueinander passen, was ich nicht gedacht hätte. Wir legen los mit drei Paletten. Palette Nummer 1 ist Sleek Make-Up Soul Stice. Das ist ja diese Highlighting-Palette. Wobei ich sagen muss, ich finde zwar, das muss ich auch noch nebenbei erwähnen, ich hatte ja hier diesen peachigen Ton getestet und muss irgendwie sagen, ja sie ist schön, aber irgendwie ist die Palette nicht so meins, weil viele mochten sie ja damals, wo sie so gehypt war. Es gibt auf jeden Fall einen Dupe dazu und zwar von Technik oder Technik, ich weiß nicht, Strobe Kit. Und zwar ist der hier von Amazon. Farblich das Einzige, was da jetzt der Unterschied ist, wir haben hier in dem Rechten zwei Creme-Produkte und zwei putrige und bei der Sleek Palette haben wir nur den hier unten, der cremig ist. Aber alles in allem passen die sehr gut zueinander. Das ist ein super Dupe. Also wer sich die Soul Stice Palette nicht holen wollte, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das von Amazon zu holen. Und soweit ich mitgekriegt habe, so was ich gesehen habe bei Amazon, Technik, Technik, wie auch immer, hat viele Dupes. Also man könnte sich da auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen. Ja, dann gehen wir einfach über zum nächsten. Ich stelle es nur gerade mal weg. Gut, jetzt kommt ein Dupe, den wahrscheinlich schon jeder kennt, aber ich zeige es nochmal ganz kurz. Das ist einmal der Honolulu von W7. Der ist sehr vergleichbar. Ich muss euch leider jetzt gerade, ich bin ehrlich, nur kurz die Fake-Palette zeigen, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich das Original dahin getan habe. Ich weiß es nicht, das ist nicht gut. Aber es geht um den Hula-Bronzer, den hatte ich halt, der sieht hier genauso farblich aus wie in der Original-Palette. Und ja, der von W7 ist ein bisschen farbintensiver, finde ich. Vom Fenschen her, vom Auftragen her, beim Verblenden. Der ist sehr buttrig, also den kann ich definitiv empfehlen. Gerade, ich habe ja euch, oder die meisten wissen ja, dass ich ja nicht so oft konturiere. Eigentlich konturiere ich gar nicht. Ich bronze eher mittlerweile ein bisschen und muss sagen, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Aber ich habe mich auch an den Hula-Bronzer herangetastet. Und auch den finde ich richtig, richtig gut. Honolulu kann ich aber auch empfehlen, gerade für Anfänger, auf jeden Fall sehr gut. Gut, dann bleiben wir auch mal bei dieser Geschichte so mehr oder weniger. Es gibt ja von NYX die Highlight und Contopro-Palette. Habe auch gesehen, die gibt es jetzt mittlerweile als Creme-Produkt. Da gibt es ja mehrere Dupes. Es gibt ja mittlerweile auch das von Essence. Aber das Einzige, was mich irgendwie nicht so happy gemacht hat, war der Highlighter hier in dieser NYX-Palette. Irgendwie hat er so eine komische Schicht oben. Das muss ich dann mal entfernen. Aber ich fand auch den Highlight-Effekt irgendwie nicht so gut. Aber dieses Produkt habe ich sehr gerne benutzt. Kam mich super mega damit zurecht. Mit dem Bananen-Puder, ja, da bin ich noch ein bisschen am testen. Und ich habe von Essence keine Palette, aber ich habe eine von Make-Up Revolution. Und sie passt definitiv sehr. Also ich finde, sie ähnelt der NYX-Palette wirklich von der Pigmentierung her auch sehr. Nur, dass hier der Highlighter einfach viel besser ist wie der von NYX. Aber bei Make-Up Revolution finde ich die Highlighter sowieso mega, mega gut. Das Einzige, von dieser Palette würde ich die unterste Reihe komplett nehmen. Nur die oberste Reihe finde ich, die hat so ein, nicht Fallout, aber wie nennt man das, wenn es in der Palette so bröselt. Also auf jeden Fall, man nimmt hier viel, viel Produkt auf. Da wäre jetzt halt die Frage, will man im ersten Moment am Geld sparen? Dann nimmt man das, will man aber im Endeffekt, wenn man etwas bezahlt, aber man möchte nicht natürlich viel Produkt verlieren. Dann ist natürlich der von NYX besser. Wie gesagt, der Highlighter hat mich total enttäuscht. Aber irgendwann werde ich den bestimmt mal aufbrauchen, hoffe ich. Und wenn es so ist, würde ich gucken, weil diese Fänchen kann man kaufen beim NYX Store, aber den habe ich halt hier in Frankfurt nicht. Mal gucken, ob der, bis ich den aufgebraucht habe, hier hinkommt. Das Einzige, was halt hier natürlich unterschiedlich ist, dass hier Fänchen sind, also das Klicksystem, sorry, aber hier halt kein Klicksystem ist. Also wenn ihr hier was aufgebraucht habt, könnt ihr es nicht auffüllen. Dann bleiben wir bei Makeup Revolution, beziehungsweise, ich sage jetzt mal die Tochtergesellschaft oder was auch immer das ist. Von Cosmetic for Less habe ich mal bestellt. I Heart Makeup und I Heart Makeup, die Chocolate and Peaches Palette passt super duper zu Too Faced, zu der Peach Palette. Die sind nur anders angereiht und natürlich gegen den Duft. Also hier riecht es gerade nach gar nichts. Aber I Heart Makeup Paletten neigen dazu, irgendwie alle Too Faced Paletten nachzumachen. Aber die passen auf jeden Fall sehr gut zusammen und die Pigmentierung ist ja der Hammer von I Heart Makeup. Eigentlich, um wirklich ehrlich zu sein, hätte ich mir die von Too Faced gar nicht kaufen brauchen. So ist es. Ähm, ich swatch jetzt mal einmal Too Faced, machen wir mal so ein paar Farben, ne. Und die vergleichen wir dann mal mit, ähm, ja, mit I Heart Makeup. Ich finde auch, äh, viele Sachen aus beiden Paletten, ähm, sollte man anfeuchten. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so happy mit der, ähm, Too Faced Palette, aber die ist auf jeden Fall super pigmentiert. Ich kriege es gar nicht ab. Ich hoffe, es ist scharf genug. Das hier ist I Heart Makeup. Das hier ist Too Faced. Das hier ist Too Faced. Das hier ist I Heart Makeup. Ich musste es dann übereinander machen. Das ist Too Faced und das ist I Heart Makeup. Alle peachigen Töne gehen bei I Heart Makeup eher über so einen rosa Stich. Hat so einen rosa stichigen Unterton. Da ist irgendwie nichts peachig in dem Sinne. Aber, wie gesagt, von den, von den meisten Farben, also ich würde sagen, so 80% der Farben, passt es zu der Too Faced Palette. Und wenn ich die Wahl hätte, ich müsste nicht die Too Faced Palette haben in dem Fall. Weil ich hätte ja die von I Heart Makeup und die hatte ich vorher schon gehabt. Das ist aber, sage ich mal, einer der Dupes, die nicht so hundertprozentig übereinstimmen. Das weiß ich selber auch, weil, wie gesagt, der Unterton einfach von I Heart Makeup anders ist. Ich entferne gerade mal die Swatches, weil wir gehen jetzt über zu einem Highlighter-Produkt. Doch, einem? Ja. Und ich muss immer meine Swatches entfernen, weil das macht mich so nervös. So, wir haben von Makeup Revolution Liquid Highlighter Liquid Champagner. Und das ist ein Dupe zu, ich schüttel sie mal, das ist ein Dupe zu Cover FX. Und ich meine, die meisten wissen ja, ich bin nur der Mega-Fan von Makeup Revolution, wenn es um Highlighter geht. In dem Fall ist sie, wenn man jetzt so über die Hand streift, schon extrem. Aber man benutzt ja natürlich nicht so viel fürs Gesicht. Da finde ich, die Pipette ist ja riesig. Also, das ist auch vielleicht so der Grund, warum... Aber ich denke mal, Cover FX, die Originalgröße, wird auch so eine Pipette haben. So, und von Cover FX ist es Moonlight. Und das ist ein super duper Dupe. Da habe ich so eine Probegröße, die hatte ich mal bei den Sephora Favorites geholt. Der, finde ich, passt mega, passen die zueinander. Das ist ein perfektes Dupe, bin ich der Meinung. Also, ich müsste kein Cover FX kaufen, wenn ich kein Marken-Junkie wäre. Dann bräuche ich das nicht von Cover FX. Dann kann ich das von Makeup Revolution nehmen. Ich habe da ja auch drei andere, ja, drei weitere Farben. Aber, ja, finde ich gut. Kann ich empfehlen. Das Einzige, was ich von Makeup Revolution nicht empfehlen kann, ist, glaube ich, Unicorn heißt das. Moment. Das ist, ja genau, Unicorn Elixir. Das hat so richtige lila Glitzerpartikel drinne. Für mich persönlich ist es nix. War ein Fehlkauf auf jeden Fall. Aber, ähm, ich habe ja gesagt, ich probiere einige Highlighter durch. Und, ähm, vielleicht trenne ich mich von mehreren Sachen. Das werde ich dann noch schauen. So, wir beginnen mal mit Marc Jacobs. Super geile Lippenstifte. Und zwar habe ich hier einmal die 246 Slow Burn. Mini, mini, mini. Aber das wäre halt wieder sowas, was ich eigentlich schon nachkaufen würde. Wenn ich es irgendwann mal aufbrauche. Aber es gibt von Essence die 02, die matt, matt, matt. Das ist einfach... Es hat zwar einen dezenten Unterton, ähm, der von Marc Jacobs, muss ich nochmal drauf machen. Der ist etwas... Oh, ein Haar von Teddy. Also von meinem Hund. Äh, lecker. Aber wie gesagt, es ist ja ein Dupe, ähm, auf den Lippen. Also auf der Hand sieht es... Man sieht da schon ein bisschen einen Unterschied. Der von Marc Jacobs ist der hier. Der hat eher so einen bräunlicheren Unterton. Der von Essence hat so dezent was Peachiges. Aber auf den Lippen, finde ich, sieht man keinen Unterschied. Also kann ich auch das empfehlen. Essence matt, matt, matt 02. Äh, zu Marc Jacobs Slow Burn 246. Dann sind wir schon bei den Lippen. Dann nehmen wir mal MAC. Da habe ich, äh, Velvet Teddy in der Variante matt. Gibt es auch nicht matt. Aber ich kenne mich mit MAC gar nicht aus. Also, Velvet Teddy hatte ich zu meinem Geburtstag bekommen. Und NYX die Nummer 19 in der Variante matt Lipstick. Ich glaube, die heißen so. Ja. Wobei, der passt auch sehr gut zu Marc Jacobs, sehe ich gerade. Also eigentlich weniger passen die zusammen. Vielleicht habe ich da jetzt was vertauscht. Moment. Ich glaube, ich habe da irgendwas vertauscht. Ganz toll. Oder es passt halt, ne, also zu MAC passt es irgendwie gerade gar nicht, finde ich. Ne, da habe ich wahrscheinlich irgendwie falsch gegriffen. Ähm, das hier ist der NYX Lippenstift und das hier ist der Marc Jacobs Lippenstift. Die ähneln sich alle irgendwie ein bisschen. Aber ich finde tendenziell, der von NYX passt eher zu Marc Jacobs, was ich mir jetzt da mit Velvet Teddy gedacht habe. Vielleicht, äh, weiß ich gar nicht. Ich will auch nicht irgendwas erzählen. Ich habe echt gerade keine Ahnung, warum ich das rausgesucht habe. Also das nächste und somit dann bei mir auch das letzte ist MAC Heroin. Habe ich schon geswatcht. Das ist einmal diese Variante, ganz vorne. Und von NYX, ähm, Seol. Sau, Seol. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Soft Matte Lip Creams, ähm, ist das hier. Also ich finde, die passen sehr gut zusammen. Ich hatte erst gedacht, ich habe nämlich auch noch was von Sleek da, aber es ist ein bisschen zu dunkel. Ähm, wobei je nachdem, wie oft man drüber geht, wird es halt dann dunkler. Könnte, könnte passen. Hat halt einen ganz anderen Unterton, weil der hier von Sleek in der 792 hat er eher Richtung lila Stich. Und der von Heroin hat ja doch eher, finde ich, was Rosanes drin. Und das sind so meine Dupes, die ich so ein bisschen ausgetestet habe. Es ist einfach so, dass wenn man schminkt, man hat ja auch nicht diese Ringläuche, die ich hier jetzt stehen habe. Ähm, diese Helligkeit. Also jetzt vor der Kamera sieht man dann doch schon was, welche Farbe passt dann doch besser zusammen, wie wenn ich so im Alltag nicht schminke. Aber wie gesagt, im Alltag, ähm, finde ich, bei, bei, also wie gesagt, Velvet Teddy sah für mich aus wie Essence. Ne, doch, ähm, wie, sorry, wie nix. Ähm, was ich mir jetzt dabei gedacht habe, ähm, es kann auch sein, wie gesagt, dass ich jetzt nach dem Falschen gegriffen habe. Aber gut, wir haben ja jetzt dann auch hier drei, äh, Essence, Nix und Marc Jacobs. Ist auch okay. Und, ähm, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit den Dupes, die ich hier zu Hause rumfliegen hatte. Mal gucken, was ihr noch bei mir so findet. Ähm, ja, genau. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich meine, ihr kennt ja auch viele Sachen von mir. Vielleicht kennt ihr auch ein Dupes, wo ich jetzt nicht drauf gekommen bin. Das würde mich auch super interessieren. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.